Commerzbank Digital Banking – Online Banking leicht gemacht In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie sich in wenigen Schritten im Online Banking am Computer anmelden können, nachdem Sie Ihre Zugangsdaten aus Sicherheitsgründen in zwei getrennten Briefen erhalten haben. Einen Brief mit Ihrer persönlichen PIN, dem Passwort für Ihr Digital Banking und einen zweiten Brief mit Ihrer Teilnehmernummer und einer Aktivierungsgrafik für Ihre Fototan-App. Bei einer Online-Kontoeröffnung haben Sie sich Ihren Benutzernamen und Ihre PIN selbst vergeben. Dann erhalten Sie nur einen, nämlich den Aktivierungsbrief. Außerdem benötigen Sie unsere Fototan-App, um die Anmeldung zu starten. Wenn Sie Ihr Smartphone nicht nutzen möchten, können Sie stattdessen ein Fototan-Lesegerät nach Hause bestellen und dieses für das Digital Banking nutzen. Bevor es mit der Aktivierung Ihres Online-Bankings losgeht, müssen Sie zuerst Ihre Fototan-App aktivieren. Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen in unserem Video Zugang aktivieren. Zur Anmeldung im Online-Banking gehen Sie nun auf unsere Homepage www.commerzbank.de und klicken oben rechts auf Login. Geben Sie nun Ihre Teilnehmernummer und Ihre persönliche PIN ein und klicken auf Jetzt anmelden. Sie werden nun auf die Seite für die Anmeldung mit Fototan-Push weitergeleitet und erhalten direkt und automatisch eine Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone. Dieser Prozess garantiert, dass nur Sie auf Ihr Online-Banking zugreifen können. Sobald Sie die Anmeldung in der Fototan-App bestätigt haben, sind Sie eingeloggt und es öffnet sich automatisch die Online-Banking-Startseite mit Ihren Kontoständen. Wenn Sie die Push-Funktion in der App noch nicht aktiviert haben oder lieber ein TAN-Lesegerät nutzen, werden Sie automatisch auf die Seite Anmeldung mit Fototan-Scan geleitet. Tippen Sie dann in der Fototan-App auf Scannen und scannen Sie die im Computer angezeigte Fototan-Grafik. Dies geht alternativ auch mit dem Fototan-Lesegerät. Geben Sie die angezeigte TAN im Computer ein und bestätigen Sie die Anmeldung. Auf der linken Seite der Startseite finden Sie nun die Finanzübersicht mit allen für das Online-Banking freigeschalteten Konten, Kreditkarten, Depots und Krediten. Darunter befindet sich eine grafische Übersicht Ihrer Einnahmen und Ausgaben in Form eines Balkendiagramms. Auf der rechten Seite erhalten Sie für Sie relevante Hinweise und Informationen und können in der Umsatzübersicht nun Konto für Konto Ihre letzten Umsätze entnehmen. Die Menüleiste im oberen Bereich bietet Ihnen viele weitere wichtige Funktionen. Über den Menüpunkt Konten und Karten können Sie zum Beispiel Daueraufträge einrichten, Überweisungen tätigen, Ihre Karten verwalten oder das Überweisungslimit anpassen. Entdecken Sie mit wenigen Klicks Ihre vielfältigen Möglichkeiten. Dabei können Sie ganz beruhigt sein, denn ohne eine Bestätigung mit der Fototan-App erfolgt keine Freigabe einer Aktion. Falls Sie Ihr Online-Banking nicht selbst über den Button Abmelden rechts oben beenden, haben wir eine zusätzliche Sicherheitsfunktion eingebaut. Bemerkt unser Online-Banking-System über eine gewisse Zeit eine Inaktivität auf Ihrem Online-Zugang, meldet es sich automatisch von selbst ab. Sie wollen mehr erfahren? Dann schauen Sie sich die weiteren Videos zum Digital Banking an und entdecken Sie Schritt für Schritt Ihre Möglichkeiten. Banking und persönliche Beratung jederzeit und überall. Es liegt in Ihrer Hand. Commerzbank. Die Bank an Ihrer Seite.